In der kalifornischen Stadt Fresno hat ein unbekannter Mann am Sonntag vier Menschen erschossen. Sechs weitere mussten mit Schussverletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Opfer sind Polizeiangaben zufolge alle männlich und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Sie hatten mit Familienangehörigen und Freunden eine Gartenparty gefeiert und gemeinsam ein Footballspiel verfolgt als der unbekannte Angriff. Die Polizei geht von einem gezielten Anschlag aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen gezielten Angriff handelt. Aber wir wissen nicht die Gründe dafür. Jemand hat dieses Haus ausgewählt und mehrere Male auf die Rückseite geschossen. Es sieht so aus, als ob jemand Bestimmtes getroffen werden sollte, aber wir wissen nicht warum. Die Polizei hat begonnen, die Spuren am Tatort zu sichern. Derzeit laufen die Ermittlungen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Die Polizei hat das Haus ausgewählt und die Ermittlungen, um die Ermittlungen zu verfolgen. Die Polizei hat das Haus ausgewählt.